So, und da bin ich wieder mit Let's Play Okamiden. Ich hatte jetzt im letzten Part gerade entschlossen, dass wir jetzt einfach nochmal da hochlatschen, weil wir da offensichtlich jetzt so auf normalem Wege nicht rüberkommen und ich gehofft habe, dass ich da oben irgendwie einen besseren Überblick bekomme. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob man da nicht vielleicht doch diese Flügel verbraucht, aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich die spontan herkriegen sollte. Der Weg hier oben ist ja dicht, aber wir könnten natürlich da zum Shinshu-Feld gehen. Ähm, keine Ahnung, ob das jetzt so viel bringen würde. Äh, nee, warte, das ist falsch, falsch. Ich gehe jetzt, ich gehe den anderen Weg. Das ist total schwachsinnig, wenn ich hier lang gehe, weil der da ja schon endet und nicht direkt am Wasser langführt. Also ich werde da von da aus keinen Überblick kriegen. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal hier hoch. Ähm, okay, lauf. Da ist ein Wasserfall, okay. Die ist mir jetzt schon auf den Keks, du blöde Roller. Seht ihr irgendwas? Hilfreiches? Kann man da vielleicht am Rand lang gehen? Das probiere ich mal. Wenn man da irgendwie am Rand lang gehen kann. Weil das, das ging in Okami mal an einer Stelle hier in diesem Wald. Ich glaube, das war diese Stelle. Aber der Weg sieht nicht wirklich so aus, als ob man da lang gehen könnte, wenn ich ehrlich bin. Oder? Weiß ich nicht. Ich schaue. Ich probiere es einfach mal. Was soll schon schief gehen? Das Einzige, was passieren könnte, ist, dass ich immer noch nicht weiß, wie ich da jetzt hinkomme. Kann man das Wasser vielleicht, kann man dieses Feuerchen hier mal ausmachen irgendwie? Ne. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade das Bedürfnis danach hatte, das Feuer da auszumachen. Aber irgendwie nervt mich, dass es da so am Dampfen ist. Ach, los, lauf, Chibi, lauf, doch schneller. So, das hier steht immer noch, das Wasser ist immer noch viel zu hoch. Man, hier ist ein riesiger See im Agatha-Wald, aber... Äh, das ist ein bisschen zu riesig. Und da ist aber auch kein Weg eingezeichnet. Ja, da komme ich nicht lang. Das geht nicht. Na, wunderbar. Klasse. Da geht es also auch nicht weiter. Ich versuche nochmal, äh, falscher Knopf, Kuni da rüber zu lassen. Der fliegt da doch rüber? Wieso bist du da gerade nicht rüber geflogen? Ach, ich bin so doof. Ich bin so dämlich. Ich bin unglaublich dämlich. Wisst ihr das? Habe ich schon mal erwähnt, wie dämlich ich bin? Damit hätten wir das auch geklärt. Man kommt hier also doch hin. Ich habe mir völlig unnötig Sorgen gemacht. Okay. Egal. Deshalb spiele ich es ja blind, damit ihr euch so etwas kaputt lachen könnt. Master Pete Past 3 Optate. Blah, blah. Piece of One of Essence Masterpieces. Sogar noch die richtige Reihenfolge. Und es fehlen nur noch drei Stück. Oh, Wunder. So. Dann hätten wir das auch geklärt hier. Und müssen uns jetzt im Wesentlichen nur noch diese Schatztruder holen. Äh, und den Dämon. Beides. Oh, bitte lasst da gleich das letzte Stück drin sein von diesem Fischer-Equipment da. Oh, das wäre schön. Dass der immer so lange braucht, bis der losfliegt. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich meine, Kuni und Kagu sind auch immer sofort losgelaufen. Und Nanami ist halt auch sofort losgeschwommen. Aber bevor er sich mal in die Lüfte begibt, äh, vergehen irgendwie Stunden. Keine Ahnung. Egal. Ich hoffe, ich bin jetzt keinen Umweg gegangen, aber... Ah, guck mal. Ich glaube, hinter dem Wasserfall ist irgendwie eine Höhle. Aber es sieht nicht so aus, als ob man da hin könnte. Immer noch nicht. Ähm. Wieso wird das... Wird diese Kiste da als... Ach so, da ist das vielleicht einfach nur drin. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Dämon hier auf diesem kleinen Stück, aber... So wie es aussieht, ist der Gegenstand da einfach nur drin. Warum auch immer die Dämonen, die da drin, versteckt haben sollten. Aber ist ja egal. Ach, beeilt euch mal ein bisschen hier. Ja, schneller, schneller. Slip obtained. A slip of paper for inscribing prayers. So. Wir sind fertig. You found all of Madam Fawn's goods. Da ist definitiv eine Höhle. Da ist ganz definitiv eine Höhle. Seht ihr diese Höhle? Los, fliegt er hin. Ach, da will er dann nicht hin, ne? Ich will da aber hin. Ach, nervt mich nicht. Das ist doch definitiv eine Höhle. Die war in Okami, da konnte man auch rein. Jetzt darf man da nicht mehr rein. Oder wie läuft das jetzt hier? Der... Fliegt da nicht hin. Da ist anscheinend eine unsichtbare Wand. Und wahrscheinlich, da sieht man eigentlich schon daran, dass der Weg nicht eingezeichnet ist. Kann ich irgendwie jetzt auf unkompliziertem Weg mal eben... Ich will nicht den ganzen Weg hier zurückladen. Das ist ja so nervig. Ich habe jetzt gerade die Hoffnung, dass wir ihn da vielleicht eben... hinfliegen lassen können. Ne. Gut, dann müssen wir doch den langen Weg gehen. Wie schön. Dieses Geräusch klingt irgendwie so, als ob der jeden Moment abstürzt. Kann das sein? So. Und hinterher. Ach, komm. Ich muss mir echt mal angewöhnen, den Feuer abzusetzen und dann da hinzuleiten. So. Los, flieg schon los. Dass das immer so lange dauern muss. Ich habe sowieso gerade irgendwie das Gefühl, dass das Spiel im Moment hier gerade einen Tick langsamer läuft als sonst. Ich weiß auch nicht. Schleiche glaube ich auch nur Hallos, weil ich schon wieder so ungeduldig bin. Ich weiß auch nicht. Ach, falsche Richtung. Ich bin so doof. Ich muss doch zu Madame vorn. Die ist doch gar nicht in dem Haus da. Die ist doch hier. Ach, Herr Jiminy. So. Nachdem wir es jetzt auch endlich geschafft haben, die ganzen Sachen zu bekommen, da hinzukommen und nachdem ich jetzt auch endlich weiß, dass ich in die falsche Richtung laufe, schon wieder, schaffen wir es vielleicht doch noch endlich, ihr endlich diese Sachen zurückzugeben und dann wird sie wahrscheinlich Geld von uns wollen, damit sie uns irgendeinen Scheiß erzählt. Wahrscheinlich will dieser Scheiß hilfreich sein, aber ich will ihr trotzdem kein Geld bezahlen. Irgendwie ist mir das zuwider, irgendwie so einem, so einer Wahrsagerin Geld zu bezahlen. Ja, das ist irgendwie so eine Grundeinstellung von mir. Ich will das eigentlich nicht. So. Well, if it isn't my fortune-telling equipment, this completes my entire set. Thank you so much. As a reward for finding my equipment for me, I will give you a free fortune-telling session. Yes. Das ist gut. Und wir kriegen Glück von ihr. Das sieht aber nicht noch viel Glück aus. Yo, you think you could tell me what my duty is? Certainly. Wah. Let's see what the bones have to say. Yes, I see it. It's coming to me. To set foot again up in the clouds, you must go to the ghostly market. The feeder you gain will allow you to fly on the breeze of gods. That's all I can tell you for now. The rest is up to you. Wait. You just told me about my wings. I need to know what I have to do, dude. Then finding these wings of yours is the first step on the journey. I feel like we just got taken for a ride. Anyway, we don't have any better ideas, so we'll do what she say. Boah, das war aber richtig viel Glück. Ich dachte, das wäre ganz wenig. Ja, wo sind die Flügel jetzt, ne? Ähm, Agatha-Wald wahrscheinlich nicht. Das hätte ich hier irgendwie schon gefunden, weil eigentlich habe ich den ganzen Agatha-Wald gerade angeguckt. Dann gibt es jetzt noch zwei Möglichkeiten. Entweder... Oh Gott, die Kamera... Okay, hat sich erledigt. Es kommt sowieso gerade in Sequenz. Jo, what are those? Ah, der Dämonenmarktplatz ist offen. Beziehungsweise wieder zugänglich. What? You know what they are? Das sind Feen. Ja. Well then. Let's see if you're right, boy. Äh, siehst du aus, als ob wir da erst runtergehen. Wieder. Oh Gott. An diese Szene erinnere ich mich noch so gut. Wisst ihr noch, wie ich davor stand? Und es nicht geschafft habe, diese blöden Feen zu einem einfachen Stern zu verbinden. Ja, jetzt kann ich es. Jetzt habe ich es gelernt. Gut, jetzt sind wir wieder auf dem Dämonenmarktplatz. Und ich glaube nicht, dass man uns gerne dort sehen wird. Wow. No turning back now. Let's go. Ich will da eigentlich nicht wieder hin. Brauchen wir jetzt neue Masken? Wo müssen wir uns da diesmal durchkämpfen? Ich will mich da eigentlich nicht durchkämpfen. Wow. This place is off the chain. It's so ghostly. So this is the Dämonmarkt. I'm getting goosebumps just being here. Hör auf damit. I still want to check it out, but I don't mind. I think they'll take for demons. Any ideas around that? Hm. Ja. What? You want me to wear this? Das passt voll nicht zu, Kuro. Well, I guess it could work. Dude, this picture sucks. You got anything more in line with my good looks? Can't you like redraw it or something? Hold on. Make sure it looks cool, okay? Okay. Das wird nicht cool aussehen. Das wird gleich richtig scheiße aussehen. Aber das muss man mit Absicht. Weil Kuro so ein Depp sein kann. Ist es nicht niedlich? Ach, das sieht scheiße aus. Egal, er hat so eine einfallgebige Gesichtsbemalung oder so. Das sieht doch wunderschön aus. Hm. Einseitig, meine ich. Nicht einfarbig. Ist sowieso einfarbig. Hm. What do you think, dude? Wunderbar. Ist sehr hübsch. Ah, ist das geil. Das sieht scheiße aus. Boss, now that's a surface face. Any lady would spoon over. Nein. Definitiv nicht. You should give yourself a better face too. Nein. Ich will mal uns behalten. Oh, Mann. Das will die Nase haben. Und Schiwi kriegt deine Ohren. So. Fertig. Ist das gut genug? Ja. Es wird seinen Sinn erfüllen. Jetzt haben wir auch keine Zeit mehr. So. Ist das nicht ein schönes Bild, um zu stoppen? Ist wunderbar, ne? Ja, finde ich auch. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Adios. Ich weiß. Ja.